Herzlich willkommen bei CDS Bauelemente und Service in Hannover. Durch unseren Fenster- und Türeneinbau verbinden wir Design und Qualität. Unsere Haustüren sind langlebig und auf dem neuesten Stand der Technik, auch in Sachen Einbruchschutz. Sie sind wartungsarm und auch leicht zu reinigen. Wir bieten Ihnen kostenfreien Beratungs- und Aufmaßtermin sowie einen kompletten Montageservice an und das alles zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr sehen Sie auf unserer Homepage oder rufen Sie uns einfach an.